Aber der ist am Krawall gebürstet, also kann sein, dass der uns gleich angreift. Ja, wir haben keine Flugabwehr. Aber macht nix. Wenn der jetzt hier ins Schiff gerät, ja, dann wird er hier gleich gerupft, gebraten, kommt hinten wieder raus und steht automatisch an der Tafel als Sonderangebot. Soll automatisch geht das Siebomatsch.